Herzlich willkommen zu einem weiteren Video aus unserer Reihe Einfach Überspannungsschutz. Heute wollen wir uns dem Thema Überspannungsschutz für Endgeräte widmen. Und dazu ist Dale heute hier. Du bist sonst im Süden Deutschlands unterwegs, unterstützt da unsere Kunden zum Thema Überspannungsschutz und hast da einige Anwendungen gesehen. Daher möchte ich die Frage gerne an dich weiterschieben. Überspannungsschutz für Endgeräte, warum und worauf muss ich achten? Vielen Dank, Achim. Ich habe da eine Kleinigkeit vorbereitet. Es gibt viele Begrifflichkeiten für den Endgeräteschutz. Würde ich gerne einmal zu Beginn darauf eingehen und die erläutern. Ein bisschen was zum Schutzpegel erzählen, was den Einsatz von Überspannungsschutzgeräten für die Endgeräte eben ausmacht und was da zu beachten ist. Ich habe ein paar Anwendungsbeispiele aus der Praxis mitgebracht, wo man einfach sehen kann, wie sowas aussieht, wo sowas Verwendung findet. Ich werde noch ein paar Worte zur Koordination verlieren und zum Schluss nochmal so ein Resümee irgendwo ziehen, was man aus dem Ganzen denn so als Kerninhalt mitnehmen sollte. Ja, unterschiedliche Begriffe, gleiche Bedeutung. Man hört unterschiedliche Begriffe wie Geräteschutz, Feinschutz, Überspannungsfilter oder ein Basisschutz. Gemeint ist aber eigentlich der Typ-3-Ableiter. So steht es in der Norm. Man darf sich von den Begrifflichkeiten nicht ganz irritieren lassen. Es stecken Inhalte drin wie im Feinschutz, dieses Feinschützen. Nein, der schützt nicht feiner, sondern der schützt nur vor kleineren Spannungen. Also wie gesagt, nicht irritieren lassen von dem Ganzen. Wir sprechen hier überall von einem Typ-3-Ableiter. Und wie gesagt, diese Begriffe haben dementsprechend eigentlich die gleiche Bedeutung. Ja, einmal Schutzpegel, immer Schutzpegel. Da stellt man sich so die Frage, wenn ich einen Überspannungsschutz am Anfang der Anlage setze, habe ein paar Meter Leitung irgendwo dazwischen, habe ich dann den gleichen Schutzpegel auch noch in der Anlage? Ja, dabei ist ja eigentlich der Schutzpegel die Spannung, auf die das Überspannungsschutzgerät direkt am Gerät selber, am Überspannungsschutzgerät begrenzt. Und ja, was passiert damit weiter? Das ist eine interessante Frage. Ja, im Prinzip müsste man eigentlich davon ausgehen, dass man den gleichen Schutzpegel auch in der Anlage noch hat. Wir haben das gleiche Potenzial. Das ist aber leider in der Praxis eben nicht so. Es können eben auf dem Leitungsweg auch gewisse Dinge passieren. So kann es zum Aufschwingen kommen auf der Entfernung. Wir haben vielleicht eine Potenzialanhebung oder sonstige Störeinflüsse auf diesem Weg, die eben mein Potenzial wieder anheben könnten und somit der Schutzpegel ein anderer ist wie am Anfang. Wann setze ich denn jetzt so einen Überspannungsschutz ein? Das mache ich immer dann, wenn ich nicht ausschließen kann, dass es zu weiteren Einkopplungen kommt, seit der letzten Schutzstufe. Das ist einmal der Fall, zum Beispiel, wenn ich parallel verlegte Leitungen habe, wo ich weiß, wo sie herkommen oder auch nicht weiß, wo sie herkommen, wo vielleicht ein Gefährdungspotenzial ist, weil sie von außen irgendwo sind und sich irgendwo was einkoppeln könnte. Ich bin weiter vom Überspannungsschutz entfernt als 10 Meter vom letzten. Dann bin ich auch in einem Bereich, wo der Schutzpegel nicht mehr so gut ist. Das heißt, hier sollte ich einen erneuten Schutz setzen. Da dabei sollte ich mir vielleicht auch noch mal so ein bisschen in den Vordergrund rufen, was möchte ich denn überhaupt schützen? Was ist ein zu schützenwertes Betriebsmittel? Das muss nicht unbedingt immer das teure Betriebsmittel sein, sondern das kann auch sein, dass es einfach eine empfindliche Elektronik drin hat, die sehr anfällig ist oder eben sogar, dass sie wirklich relativ kostengünstig ist und noch nicht mal so die arge Anfälligkeit hat, aber der Ausfall sehr, sehr kritisch ist. Und dementsprechend sollte man immer so diese Punkte im Hinterkopf behalten und sich überlegen, was ist für mich schützenswert? Wo ist die Gefahr da, dass ich mir eben wieder was erneutes einkopple? Wie weit bin ich weg vom letzten Überspannungsschutz? Und dann ist es eben sinnvoll, einen Typ-3-Ableiter einzusetzen. Wo sitzt denn der Überspannungsschutz? Wer die Videos in der Vergangenheit vielleicht schon mal verfolgt hat, hat auch dieses Bild schon mal zu Gesicht bekommen. Hier einmal schön zu sehen, was ist der normative Pflichtteil? Das ist einmal das, was wir in der Hauptverteilung sitzen haben. Wir haben einen Empfehlungscharakter nach der 0100, 534, alles was über 10 Meter eben entfernt ist. Das kann der Typ-2-Ableiter in der Unterverteilung sein oder sitzt vielleicht das Endgerät noch mal weiter als 10 Meter von dort entfernt. Dann setze ich eben noch mal einen Typ-3-Ableiter ein, der dann eben direkt vorm Endgerät sitzt. Ja, aber jetzt, wenn man diesen ganzen Empfehlungsteil anschaut und auch den zweiten Fall sieht, am Ende könnte ich ja eigentlich alles über den Typ-2-Ableiter abhandeln. Ich könnte mich ausreichend schützen, das wäre alles adäquat. Wo ist dann der Sinn für einen Typ-3-Ableiter letztendlich in meiner Installation? Das ist eine sehr gute Frage, weil der Typ-2-Ableiter theoretisch auch einen ähnlich guten Schutzpegel hat wie der Typ-3-Ableiter. Das heißt, man könnte den schon auch einsetzen. Man hat es ja auch hier gesehen, sitzt das Endgerät näher als die 10 Meter an der Unterverteilung, ist das ja auch alles gut, wenn dort der Schutz eingebaut ist. Er hat sogar eine höhere Leistungsfähigkeit. Also man könnte meinen, man setzt den Typ-2-Ableiter ein. Der Typ-3-Ableiter hat aber natürlich auch gewisse Vorteile. Durch das, dass er etwas weniger leistungsfähig ist, ist es auch so, dass er geringere Abmessungen hat. Wir haben die Möglichkeit, uns an Bauformen anzupassen, so dass er wirklich applikationsbezogen sehr nah an Endgeräte gesetzt werden kann, somit einen perfekten Schutz eben für das Endgerät bieten kann. Und schlussendlich ist es auch so, weniger Leistungsfähigkeit bedeutet auch einen schmaleren Preis. Und dementsprechend ist es in der Praxis schon sinnvoll, an gewissen Stellen eben den Typ-3, dem Typ-2 vorzuziehen. Okay. Ja. Ja, hier hat sich ein Typ-2-Ableiter mit reinverirrt. Einmal in der Unterverteilung von einem Serverraum, wie man hier schön links unten in der Ecke sehen kann. Nichtsdestotrotz ist es aber dann nachher sinnvoll, eben in den Server vielleicht auch noch einen Typ-3-Ableiter einzubauen, wie er hier dargestellt ist, sitzt einmal direkt am Server-Rack unten drin, hat einfach den Hintergrund, dass wir natürlich gewisse Leitungswege haben, es vielleicht ein besonderes zu schützendes Betriebsmittel ist, weil wenn dieser Server ausfällt, hat die Firma vielleicht gewaltige Probleme und dementsprechend ist es eben sinnvoll, dort diesen einzusetzen. Das ist ja letztendlich genau die Applikation, die du beschrieben hast. Wir haben definitiv zu schützende Geräte. Ein Serverausfall ist immer fatal. Und wenn ich dann mal daran denke, wir waren vor kurzem in einem Serverraum von einem Kunden, da sind diese 10 Meter aber sowas von schnell überschritten, gleich mehrfach. Also genau das, was du letztendlich in der Applikation beschrieben hast. Ja. Und dementsprechend wirklich sinnvoll, den Typ-3-Ableiter dort auch einzusetzen. Das macht wirklich Sinn an dieser Stelle. Wie wir jetzt hier aber auch schön gesehen haben, sind nicht nur Spannungsversorgungsleitungen da, sondern so ein Server, der hat ja auch Datenverbindungsleitungen, die mit berücksichtigt werden müssen. Und um dort keine Leitung zu vergessen, verwendet man den wirkungsvollen Schutzkreis. Auch dieses Bild mag der ein oder andere in der Praxis schon mal irgendwo gesehen haben. Wir ziehen gedanklich einen Kreis, um das zu schützende Betriebsmittel, um die Anlage, um den Server, um den Maschinenschaltschrank, whatever. Und betrachten alle Leitungen, die diesen Kreis verlassen. Nicht nur die Spannungsversorgung, sondern auch andere. Wie hier dargestellt am Fernseher, es kommt zu einer Überspannung, die Spannungsversorgungsseite ist geschützt, die Antennenleitung führt irgendwo nach draußen, man koppelt sich eine Überspannung über diesen Antennenleitung ein, ist der Fernseher trotzdem defekt, auch wenn ich nur die Spannungsversorgungsseite geschützt hatte. Das heißt, es ist sinnvoll, eben einen kombinierten Schutz da anzuwenden. Und auch hierfür gibt es passende Lösungen. So in der Praxis zum Beispiel die Telekommunikationsanlage. Dort ist es eben nicht nur wichtig, die Spannungsversorgungsseite zu geschützt zu haben, sondern auch die Telefonleitung kommt von außen. Hier hat man das in einem Gerät, in einem Steckdosenadapter, wie hier dargestellt, und kann eben beide Wege davon schützen. Einmal rechts oben im Bild bei der Satellitenanlage ein reiner Schutz für die Spannungsversorgungsseite. Da haben wir dann, sag ich mal, den Schutz der Antennenleitung ausgegliedert. In unserer C-Satbox, die eben da diese vier Leitungen, die vom Dach oder von der Satellitenschüssel kommen, schützen. Wie gesagt, hier haben wir es einmal getrennt, gibt es aber, wie gesagt, für die Einzelfälle auch kombiniert. Ja, genau so ähnlich sieht es bei mir im Keller auch aus. Und das finde ich auch völlig in Ordnung, da kommen gar nicht so viele Leute hin. Wenn ich jetzt zum Beispiel im Wohnzimmer, da, wo ich meine Gäste empfange, da, wo ich mir viel Mühe gegeben habe, dass alles auch ordentlich und tipptopp aussieht, einen Überspannungsschutz setzen muss, da kommt dann dieser Formfaktor, den du schon genannt hast, dann ins Spiel, dass ich diesen Überspannungsschutz auch verstecken kann, so will ich es mal nennen. Und dazu habe ich mal einen ganz kleinen Aufbau mitgebracht, um zu zeigen, wie das aussieht. Genau der gleiche Schutz, den ich hier über diesen Stecker letztendlich realisieren kann, der ist hier auch schon, ich sage mal, unter Putz verbaut. Sieht letztendlich aus wie eine ganz normale Steckdose. Wenn ich aber dann einmal da reinschaue, dann sehe ich, dass hier schon Überspannungsschutz mit in der Steckdose verbaut ist und ich den gleichen Schutz habe für die Stromversorgung, wie mit einem Gerät, was als Stecker letztendlich realisiert wird. Wenn ich das nicht in der Steckdose haben möchte, sondern lieber in der Verteilerbox, habe ich das auch als Möglichkeit, dass ich dann einfach einen kleinen Baustein, einen kleinen Schutzstein mit in die Verteilung einsetze. Und ja, so ist letztendlich dieser Formfaktor ein ganz wesentlicher Vorteil für einen Typ-3-Ableiter. Schön, dass man das mal hier so sehen kann an den Beispielen. Danke. Ja, vielen Dank für deine Erläuterung. Ja, in diesen Überspannungsschutzgeräten sind unterschiedliche Komponenten verbaut. Das können Suppressor-Dioden sein, Varistoren, Gasableiter, Funkenstrecken. Diese alle haben unterschiedliche Ansprechverhalten und Leistungskarakteristiken. So ist es zum Beispiel so, dass die Suppressor-Diode relativ schnell anspricht oder sehr flink ist, dafür aber geringere Leistungsfähigkeit hat. Eine Funkenstrecke hingegen braucht eine sehr hohe Zündspannung, bis sie einmal durchgeschaltet hat. Dann ist es aber auch so, dass das Leistungsvermögen oder das sehr hohes Ableitvermögen vorhanden ist. Und so gibt es auch noch so ein paar Ableiter zwischendrin, wie hier den Varistor oder den Gasableiter. Wenn man den Varistor sich anschaut, das kann man vergleichen mit dem veränderlichen Widerstand, den man hat. Man hat ein weiches Ansprechverhalten mit einer doch relativ hohen Leistungsfähigkeit kombiniert. Aber auch dieser hat Nachteile. Es können zum Beispiel Leckströme auftreten über die Jahre oder Jahrzehnte hinaus. Man traut sich aber da keine Gedanken drüber machen. Es ist eine thermische Abtrennvorrichtung vorhanden. Also das führt jetzt nicht irgendwo zum Brand. Und die Alterung, die ist jetzt auch nicht innerhalb der ersten paar Jahre gegeben, sondern da ist dann schon wirklich ein zeitlicher Versatz drin. Genau, am Ende sind diese ganzen Bausteine ja alle schon jahrelang erprobt. Die haben alle ihre Vor- und Nachteile, alle ihre, ich sag mal, Einsatzbestimmungen. Und wenn du dann diese Ansprechgeschwindigkeit letztendlich ansprichst, das sind ja alles Werte im Nanosekundenbereich, dass die alle dazu geeignet sind, transiente Überspannungen abzuleiten, davor zu schützen. Und letztendlich ja nur unter der gemeinsamen Koordination diese Ansprechzeiten ihre Bedeutung letztendlich haben. Aber halt immer schnell genug reagieren, um eben auch vor Überspannungen zu schützen. Ja, es ist wirklich so, dass man die Vor- und Nachteile, die muss man ausnutzen in der Praxis. Das heißt, man muss sie wirklich gezielt einsetzen, gezielt wissen, an welcher Stelle setze ich welches Bauelement als Überspannungsschutz ein oder ich kombiniere sie auch entsprechend. Und da sind wir auch bei dem Thema der Koordination. Also man spricht meistens von einem mehrstufigen Schutzkonzept. Das bedeutet, dass man wirklich versucht, sukzessive die Überspannung zu reduzieren. Und dabei stellt der Typ-3-Ableiter die letzte Schutzstufe in dem Glied vor. Die ist nicht so leistungsfähig, aber sie sitzt direkt vor Ort, also direkt vor den zuschützenden Betriebsmitteln und bietet damit den besten Schutz für dieses Gerät. So kann zum Beispiel ein koordinierter Einsatz aussehen, am Beispiel im Gebäude mit äußerem Blitzschutz, dass man in der Hauptverteilung einen Typ-1-Ableiter sitzen hat, in der Unterverteilung einen Typ-2-Ableiter und den Typ-3 dann vor dem zuschützenden Betriebsmittel. Ja, was soll ich aus dem Ganzen mitnehmen? Wann sollte ich einen Überspannungsschutz für Endgeräte einsetzen und was muss ich dabei beachten? Es ist so, dass ich den immer einzusetzen habe, wenn Einkopplungen zwischen der letzten Schutzstufe und dem zu schützenden Endgerät eben nicht auszuschließen sind. Dabei sollte ich alle gefährdeten Schnittstellen ermitteln und mit einbeziehen. Das ist dieser Schutzkreisgedanke. Dann geht immer noch so, ich mache das Gerücht rum, dass wenn ich keinen vorgelagerten Schutz habe, dass der Typ-3-Ableiter dann auch gar nicht schützen kann. Das ist in der Praxis falsch. Es ist immer besser, ein bisschen Schutz zu haben als gar nichts. Klar, er ist nicht so leistungsfähig, dass er jetzt wirklich einen Blitzstrom ableiten kann, aber das soll er auch gar nicht, sondern er soll wirklich die kleinen Überspannungen direkt vom Gerät noch rausnehmen und das kann er auch ohne den vorgelagerten Schutz. Ja, unsere Überspannungsschutzgeräte von Phoenix Contact koordinieren miteinander und somit ist es relativ einfach, eine Auswahl zu treffen. Und ja, damit bin ich auch schon am Ende und möchte an dich wieder übergeben. Ja, herzlichen Dank, dass du uns das mal so ein bisschen näher gebracht hast, wo letztendlich wirklich auch ein Mehrwert von einem Typ-3-Ableiter ist und dass wir das mal hier so ein bisschen sehen können in den einzelnen Applikationen. Vielen lieben Dank. Und ja, falls es noch weitere Fragen gibt, werden wir die in Zukunft mal aufgreifen. Falls es Anfragen oder Anregungen gibt, einfach eine kurze E-Mail an traptech-support.phoenix-kontakt.de und dann werden wir uns das mal anschauen. Herzlichen Dank. Vielen Dank.